Hallo zusammen! Im Rahmen der Gesundheitskampagne Alles in Balance wollen wir euch heute ein neues Angebot vorstellen, die Self-Challenge. Zeit für dein persönliches Wohlbefinden. In der aktuellen Situation leiden wir alle erheblich unter den Einschränkungen unserer Freizeitgestaltung. Ob es um das Ausführen unseres Lieblingssports geht, ein langersehntes Treffen mit der Familie, ein ausgelassener Abend unter Freunden oder das Abendessen mal nicht am eigenen Tisch. Das alles kann das körperliche und seelische Wohlbefinden ziemlich aus dem Leichen nicht bringen. Deshalb möchten wir euch Anregungen geben, euer Wohlbefinden selber in die Hand zu nehmen. Auf der Homepage Alles in Balance stellen wir euch in den nächsten sechs Wochen jeden Mittwoch Aufgaben und Herausforderungen zur Verfügung, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Dies betrifft sowohl das seelische, körperliche als auch soziale Wohlbefinden. Den einen oder anderen werden die Aufgaben und Herausforderungen leicht oder schwer fallen. Sollte euch die Aufgabe leicht von der Hand gehen, werdet kreativ, findet alternativen Ergänzungen. Falls ihr das Ganze nicht alleine durchziehen wollt, schnappt euch einen Trainingspartner oder Trainingsbuddy. Motiviert euch gegenseitig, feuert euch an und überwindet euren inneren Schweinehund. Ja, nun viel Freude bei den Aufgaben und Herausforderungen. Nutzt die Gelegenheit, etwas für euer Wohlbefinden zu tun. Seid dabei und viel Freude bei Alles in Balance.